Oh, der Hebb... Hey, Küsing, ich hab noch nicht mal einen Chip geholt, den muss ich auch noch holen. Ich bin... Oh, der Huntress! Ich bin noch nur verreckt. Oh, jetzt hab ich Flashlight und jetzt hab ich eine Huntress. Come on, my boy! Yes, come on, my girl! Hello! My beautiful Prinzessin! Hello, Huntress! Oh, sie wird nicht verfallen. Yes! Oh, Abra! This is why you hopeful, man! Come on, bro! She want me! Hello! Come on, we loot this Paulette! Nee, nee, ich hab mich zwar verdrückt, aber... Yibi, no panic drop! Ja! Ja! Hahaha, yeah! You stupid! Hau ab! Go! Leave me alone! Oh, jetzt will sie mich als Recht, oder was? Redi mit Schmackers! Oh, nee, jetzt geht sie! Sie kommt, sie kommt! Ha! Oder? Hä? Oh, yes! Phoenix Wing! Und... Pssst! Ach, nein, nein! Zeiten, erst nicht weg! Ey, ich wollte die Kiste aufziehen, Junge! Wer hat mir mein IT geklaut? Haha! Tue und, aber die Karte schwingt! Oh, nein! Das schwingt auf! Come on! What? Nicht, ziehen wir nicht! Yes, come on, Ice! Zeig nicht! Ja, du hast schon den ersten Hit kassiert! Fuck you! Du hast auch einen Bogen! Ja, aber ein bisschen später, bis ich den ersten gezieht habe! Ja, Alter! Guck mal, hier, zweite! Das ist wirklich Zwingt hier, Mann! Hab da! Kann ich nicht sehen! So viel Rechnerleistung habe ich nicht! Oh, 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 oh! Das war aber Shorty Morty! Ein Smaller, Junge! Shorty Morty! Pfff! Big Player, Mann! You Big Player! Shorty, Mann! Yeah! Shorty, Shorty, Mann! Lalalala! Ja, gehen wir zu der Papp! Geh noch zu dem Profi! Ja, komm! Leg dir mal jetzt auch schnell zwei Sekunden oben, Junge! Nee, nee! Mit dir mal die Fresse hält, Junge! Hahaha! Guck, die geht! Nee, die zieht ab, Junge! Die denken, ich bin Wondersinn! Ja, ja! Das ist schlecht! Hä? Na? Der Stein, der gefällt dir! Der ist lecker! Der ist useless! Der ist useless! Oh, yeah! Guck mal, der schmeckt! Mh! 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 Oh, nein! Oh, ja! Jetzt haben wir mich froh! Schöne Fresse! Ja! Ja! Das war ein bisschen zu viel, Junge! Mein Freund! Ja, mich dreht's schon hier! So, du willst jetzt! Yeah! Mein Freund! Mach sie doch! Mh! Mh! Lecker, hä? Woher? Hust du? Ich hab ihn wirklich nicht in die Richtung! Was für die nächste? Ich hab ihn mit治riert! Ja, und dann schott, schott, man! Ja, ja, ja! Lalalala! Die hinten, die hinten! Ah, ja! Ja! Danke! alter die hört doch nicht auf hier im kreis zu rennen ich krieg echt einen drehwurm hier ich wollte den schlack abnehmen alter was ist los jetzt nicht kommen sollen alles im griff auf dem sinken mit dem sphc war aber ich bin irgendwie rausgekommen aus dem kopf noch das habe ich gesehen ja aber wenn der helfer der schenk will ich yeah you see my gameplay in der schlucken hat sie schon mal ein im jahr oh sie ist über mich komm boi fschst nimm mich oh ja ja schön die reifen nicht das auto da können sie nämlich drüber schießen jess da 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 Guck mal, Junge, sie ist so lahm. Ich hab nicht mal einen Perk mit. Nein, Junge, du wohnst. Basta. Oh, jetzt, Junge. Ja, nein, nein. Panic, schütz. Guck mal, Junge, guck mal, Junge, ich lauf hier mir einen umgekehrt. Wette, ich kann nicht mehr. Oh, Alter, was? Alter, lost. Oh, Alter, was ist das? Oh, oh, oh. Ja, Lognane, das ist gut. Mitschmeck es, Masi, mitschmeck es. Ja, ich blute. An Arm und Bein, lass das sein. Oh, Kino. Die macht trotzdem nur noch mit, die Garn. Ja, ich wusste, dass sie sie zieht. Wirft. Oh, nein, ich wollte eigentlich da hin. Ja, ich hab sie mal gelassen. Es wäre ja langweilig. Oh, hä, hat, hat gemacht. Hä, jetzt? Ja, ich so kann's sagen, ey. Kriegst du gleich noch nicht auf. Oh, oh, jetzt ist sie sauer auf dich, Alex. Bin sie immer sauer? Jetzt wissen sie nicht. Ja, jetzt wissen sie ran an die Banane. Nee, mich lieber. Mich, ich bin interessanter. Alter, was? Ich bin sogar nicht mal durchs Fenster. Geht sie durch? Ja, warte, ich kann sie stunnen. Ich kann auch selber stunnen mit Buff. Hä, die geht nicht. Die hat dich gesehen, glaub ich. Nee. Ja, ich komm gleich frei. Jetzt Flashlight. Komm, bleiben. So soll ich jetzt gehen, ne, ja. Oh, ja, super. Danke dir. Oh mein Gott, die... Die geht doch gleich raus hier aus dem Gehen. Die ist halt hier angetrisst. Oh, die holt sich erstmal frische Äxte. Danke. Jetzt wär'n Jen geil. Ich hab irgendwie Achtung. Oh, da war... Da war gut. Ich meine, das ist auch gleich. Ich steifere nicht schon. Alter, die ist ja geil hier. Haha, jetzt lauf' ich mal aus da ran. Big Luke. Hauptflash, ne? Hauptflash. Da geht ja. Hauptflash. Das ist, wie mein Puppelhaar. Et... Noice. Ja, daneben. I got you. André, André. Alter, Jen's poppin' hier. Ohne Endy, die sind schon an. Oh, yes. Hello, sir. Jetzt hätt' sie außen schießen müssen. Das wär schlau gewesen. Ohhhh. Sie kommt, sie kommt. Ja, alles gut. Ja. Oh, jetzt ist noch die Sommer. Ich geh' zur nächsten. Ich weiß nicht mal, wo die Ausgänge sind, weil ich hier so im Spielen bin. Die geht zu dir Richtung Alex, wo du gerannt bist. Wo sind die Ausgänge? Ah, hier ist einer. Der hängt neben mir. Ja, ja. I see. Oh, shit. Ist los. Oh, sie. Angst, dass du jetzt. Oh, ich hab noch ne gelben Fächer bekommen. Nice. Die will mich. Ha! Die lässt sich davon nicht ablenken. Oh, nee. Das Auto ist zu lang. Das Auto ist zu lang. Das Auto ist zu lang. Ach, geil. Ey, der Pürger ist so geil, oder? Alter, das gibt's nicht, Alter. Ich hab ja gewusst. Schießt. Und? Ja, sie guckt in deine Richtung. Ne, jetzt hat sie dich gesehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, nice. Ja. Oh mein Gott, okay. Hä? Hä? Ach, Bro, Digga. Alex, lass dich jetzt nicht treffen. Die dreht sich, oder? Seitlich. Ach, shit. Das ist schon Hälfte bei mir, weil das dazu zählt. Oh, hier hinten der Haken wieder. Nein. Ah, ein Schlag hätte ich gebraucht. Dann wäre ich raus. War so 90, 95 Prozent. Die kommt rein. Ich war leider hoch. Ich war leider verletzt. Ja, dann. Aber der Ausgang. Aber der Ausgang. Ah doch. Ausgang ist. Warte, ich lauf da rum. Ich danke dir. Ausgang. Ausgang. Oh nein. Ich habe meine Haken nicht gewichtet. Aber oh mein Gott. Komm. Oh mein. Was? Ich habe auch meinen Dead Hat genommen. Wie geht das? Süß. Alter, selbst der war noch daneben. Das war knapp. Wir sind doch bei der Scheck. Alter, da hatten wir echt eine Menge Spaß. Oh ja. Jetzt habe ich selber gefaked. Ich war an der anderen Seite. Mein Mann. Nice. Hier. Bro. Geil. Du stehst raus. Jäger. Der rechtfertige 58er würde ich sagen. Die guckt aber nicht rein. Also täuschen hat bei der Echt nicht geklappt. Ja, die steht an der Ecke. Oh nein. Da ist sie. Klar. Ja. Jetzt hau ab. Geil. Alter, die hat nur eine Axt geschossen. Die hätte dich fast noch. Gut. Alter, das war eine richtig krasse, geile Runde. Du nicht zu verwendet. Du. Du. Ja. Ja. Was? Ja. Was? Oh mein Gündnis. Oh mein Gott. Alter. Da hast sie mir immer zu viel geärgert du. Egal. Egal. Das war real. Du hast sie doch vor uns schon da gelassen. Ich will die Paletten nicht gönnen, was ich. Ja. Ich muss sie ja nur blenden. Alter, wie schnell er ist. Ja, ihm hat nicht mal seinen Schwung gehört. Ja, was schon. Ja, das gefällt ihnen gar nicht, dass ich die Palette nicht gleich zum nähere. Zombie schon. Ja, da wartet doch nur, dass ein Zombie kommt. Yes. Ja, hast du schwingen gemacht. Da warst aber böse. Oh, ich krieg'n Ohren bei dir. Ja, ich auch. Ich auch selber, wenn's zu viel wird. Alter. Bei diesen kurzen Strängen im Bild schlecht, ey. Ja. Heftig. Cool, da verarsch' dich jetzt. Ja. Dann will ich mich ablenken. Oh, massiv. Der Taten. Was ist das nicht nochmal geklappt? Echt gut? Ja, wirklich. Oh, yes. Damn. Psss. 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 Alter, was? Ey, der war so schön eigentlich, Alex. Aber der hat gewartet, ey. Aber top gemacht, Ding. Ja. Aber dann blenden wir cool. Ja. Ich muss das auch nochmal üben, so rückwärts zu laufen und dann blenden. Ja. Das machen die auch, wenn die so hin und her wackeln und dann blenden die einmal, dann laufen die in eine andere Richtung. Ja, das... Also gut ausgewichen und dann gleichzeitig noch schön zweimal doppelt landen. Ja. Sagt cool aus. Okay. Es wird langsam, ne? Es geht doch langsam upstairs, äh, Richtung 100. Muss man das hier gerecht werden, so ein bisschen. Okay. Was gesenkt? Was machst du? Sag nochmal. Gerecht. Ja, Mann. Nicht, dass er so ein Nili ist mit 100, Mann. Oh, du bist dann am letzten Gen, Alter. Was? Das ist aber richtig an Nili bist du. Ja, Mann. Ja. Oh, Hotstone Massage war das. Okay. Oh, ja. Geh doch durch ihn durch, wie die Engländer das machen. Gebückt. Und jetzt? Oh, schwer gesprungen. Schmö. 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 Den Weg gibt ja auch einen. das ist auch richtig gut geworden aber irgendwie habe ich den Maureen der hält gleich nicht mehr aus vielleicht springt du im Zomium oder es schafft sich mal gucken oh siehst du das ist the first hit and the second oh warte vielleicht spawnt ihr da Küsinger auf dem Berg dreh nochmal um pass auf 1,2,3 bing da oh mein goodness oh mein Gott ich glaub das nicht was alter ich hab den Maureen ey das ist krass Zaubererei da kommt ein neuer Short raus Magie ich hoffe das da würde ich nochmal speichern aufnehmen ja mach ich das habe ich euch aufnehmen wörter ich da aufnehmen ja mach ich ja weiß